Wie können Sie den Arbeitsbereich eines Zahnarztes verbessern oder die Sicht verbessern? Mit unserer Lupenbrille, die gibt es in zwei Größen. Die sind auch optimal leicht mit 32 Gramm und auch schön flexibel. Die sind individuell einstellbar, wenn wir den Augenabstand und Arbeitsabstand berücksichtigen. Und vor allem, wenn mal Reparaturen anfallen sollten, sind die nicht hoch, weil wir hier Einzelteile haben. Man kann wirklich den Bügel austauschen. Es ist dann auch wirklich eine tolle Sache. Wir können dann auch hier Einstellungen vornehmen, indem wir einfach den Bügel noch mal in drei Einstellungen haben. Auch die Nase hier kann man dann auch die Okulare entsprechend höher oder auch tiefer lassen. Was gibt es noch für Spezifikationen bezüglich dem Licht? Im Licht, dann gibt es zwei Ausführungen dafür. Kabellos oder danach mit dem Akku, wo man dann über Kabel das Licht nochmal versorgen kann. Optimal leicht mit 9 Gramm oder danach kabellos mit 18 Gramm. Und perfekt ist natürlich unser Licht. Einmal ohne Kabel. Schauen Sie, schalten wir es ein. Dann sind Sie ganz frei. Und da kann man auch die Lichtstärke nochmal einstellen mit 18 Gramm. Der Umschlag war leicht. Und hervorragend natürlich, wenn Sie nach unten schauen, ist es hier schön an. Und wenn Sie nach oben zum Patienten gucken, dann geht sie aus. Der Winkel ist jetzt etwas höher eingestellt, beziehungsweise ein, nochmal nach unten und jetzt nochmal nach oben. Dann müsste es ja ausgehen. Hervorragend ist natürlich, dass wir die Arbeitsabstände hier durch unseren VarioClip entsprechend variieren können. Da kann man hier eben sagen, von 25 cm bis zu 50 cm können wir hier das Ganze dann nachher optimieren. Und da geht's dazu.